Kein Grundrentenzuschlag für Rentner? Grundrente, ein Rohrkrepierer oder doch nur eine Frage der Einkommensanrechnung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In den letzten Tagen des Jahres 2022 informierte die Deutsche Rentenversicherung darüber, dass sie für rund 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner die Grundrentenbescheide fertigstellen will und versenden will. Betroffen davon waren oder sind Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner, die vor dem Jahr 2021 eine Rente bezogen haben oder davor beziehen und selbstverständlich auch laufende Neurentner, die ab 2021 ihre Altersrenten beantragt haben. Viele Rentnerinnen und Rentner werden sich sicher gefreut haben über die Rentenerhöhung und die Nachzahlung seit 2021. Das ist ohne Zweifel so. Da gibt es viele, viele Tausende, die den Grundrentenzuschlag tatsächlich dann auch ausgezahlt bekommen haben. Manche von Ihnen aber, ich rede hier von Tausenden Rentnerinnen und Rentnern, sind aber sauer. Sie erhalten die Grundrente und genauer gesagt den Zuschlag an Entgeltpunkten aus langjähriger Versicherung nicht ausgezahlt. Und jetzt hören Sie bitte genau hin, obwohl der Zuschlag als solcher durch die Rentenversicherung berechnet wurde. Sie werden sicher noch wissen, dass es die Grundrente seit dem 01.01.2021 gibt. Also dort ging das los. Für alle Rentnerinnen und Rentner, die eine Rente vor 2021 beziehen, mussten erst noch in einem technisch und auch personell sehr aufwendigen Verfahren der Grundrentenzuschlag ermittelt werden. Viele Millionen Bescheide mussten durch fleißige Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Deutschen Rentenversicherung und der Regionalträger geprüft werden. Die Datenabgleiche mit den Finanzbehörden mussten erst einmal technisch hergestellt werden. Das ganze Verfahren für die Bestandsrentner sollte nach dem Willen des Gesetzgebers bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein. Deshalb auch die Information der Rentenversicherung zum Jahresende 2022, dass die Bescheide zur Grundrente kommen sollten oder sollen oder vielleicht sogar schon gekommen sind. Und genau für diese Rentner, deren Renten ab 2021 begonnen haben oder deren Renten schon davor begonnen haben und im Jahr 2021 und 2022 in der Zukunft weiterlaufen, kann es tatsächlich ein kleines Problem geben. Also ich sage es nochmal, der Grundrentenzuschlag wurde berechnet, aber er kommt nicht zur Auszahlung. Der Anspruch auf die Zahlung der Grundrente ist nämlich an zwei wesentliche Bedingungen geknüpft. Zum einen muss erst einmal rechnerisch überhaupt feststehen, dass der Betroffene einen Zuschlag an Entgeltpunkten aus langjähriger Versicherung hat. Das ist der Begriff Grundrente. Und zum anderen muss in einem zweiten Schritt, wenn dann ein solcher Zuschlag ihm zusteht, das Einkommen angerechnet werden, wenn es denn zu versteuerndes Einkommen gibt. Und genau wegen diesem zweiten Schritt kommt es für viele der tausenden Rentnerinnen und Rentner für das Jahr 2021 und Jahr 2022 nicht zur Auszahlung des Grundrentenzuschlags. Denn für die Einkommensanrechnung gilt immer im ersten Schritt das zu versteuernde Einkommen aus dem vorvergangenen Jahr. Also für das Grundrentenjahr Nummer 1 2021 das zu versteuernde Einkommen aus 2019. Fortlaufend für das Grundrentenjahr 2022 das zu versteuernde Einkommen aus 2020. Ja, und für 2023 ist es das zu versteuernde Einkommen aus 2021. So ist die Grundregel im § 97a SGB VI. Und genau hier liegt der Knackpunkt, warum viele der Betroffenen das Geld nicht gezahlt bekommen, obwohl sie eigentlich den Zuschlag rechnerisch haben. Er wurde festgestellt, ermittelt. Das kann man in den Bescheiden auch gut nachvollziehen. Viele Rentnerinnen und Rentner, deren Renten ab 2021 begonnen haben, sind in den Jahren 2019 und 2020 noch arbeiten gegangen. Genauso deren Ehegatten, dessen Einkommen an den Grundrentenzuschlag angerechnet wird. Eine Regelung, die völlig paradox ist, warum Ehegatteneinkommen überhaupt an den Grundrentenzuschlag eines anderen Ehegatten angerechnet wird. Kann ich bis heute nicht verstehen, aber es ist Gesetzeslage. Wenn Sie also im Jahr 2019 und 2020 noch hohes zu versteuerndes Arbeitseinkommen aus einer Beschäftigung vor der Rente hatten, dann wird genau dieses zu versteuernde Einkommen an den Grundrentenzuschlag angerechnet. Und zwar für 2021 aus dem Jahr 2019 und für das Jahr 2022 aus dem Jahr 2020. Wenn aber im Jahr 2021, also in dem Jahr des Beginns Ihrer Rente, nur noch Renteneinkünfte bestehen und das zu versteuernde Einkommen dadurch sinkt, das dürfte dann logisch sein, dürfte es für viele von Ihnen erst ab 2023 dann zur erstmaligen echten realen Zahlung des Grundrentenzuschlags kommen. Denn das vorvergangene Jahr für das Jahr 2023 ist das Jahr 2021. Ich hatte auf dieses sehr ungerechte Ergebnis in einem Beitrag aus dem Jahr 2021 nach Beginn der Grundrente hingewiesen. Viele tausende Rentner, deren Renten ab dem 01.01.2021 begonnen haben, werden wahrscheinlich erst deshalb später den Grundrentenzuschlag bezahlt bekommen, bei Einkommen aus vorvergangenen Jahren an das jeweilige Grundrentenjahr angerechnet wird und dieses Einkommen oft über den Grundrentenfreibeträgen liegt. Wenn die Steuerbescheide vorliegen und dort erhebliche Abweichungen im zu versteuernden Einkommen vorliegen, weil sie zum Beispiel deutlich geringer sind als in dem Grundrentenbescheid für das betreffende Jahr ausgewiesen, sollten Sie dies bitte der Rentenversicherung melden. Bevor Sie das aber tun, sollten Sie die ganze Angelegenheit zur Prüfung einem gerichtlich zugelassenen Rentenberater oder versierten Rechtsanwalt, der sich im Rentenrecht auskennt, auf den Tisch legen, damit Ihr Überprüfungsantrag nicht nach hinten losgeht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.